Man muss gucken, welches saftiger ist. Ist ja da, ich darf eh beide essen. Ich weiß ja mein Leben. Der war so geil. Gute meine Freunde, heute werden wir draußen in die Kälte gehen, Leute. Wir machen die Challenge, wenn er in der Kälte bleibt, der gewinnt, Leute. Und ihr wisst ja, ich bin oft draußen, Leute. Ich bin nie zu Hause und ich bin immer in der Kälte. Das heißt, ich bin geübt, Leute. Deshalb schreibt jetzt alle Hashtag TeamSell in die Kommentare, wenn ihr für meine TeamSell und wenn ihr für das Mädchen seid, das nach zwei Minuten schon friert, dann schreibt jetzt Hashtag TeamSell in die Kommentare. Kleiner Tipp, TeamSell ist geübt, Leute. Ich kann ohne nichts rausgehen. Ich erfriere nicht. Und selbst wenn ich friere, ich zeige keine Schwäche. Also vertraut mir, wähl TeamSell, Leute. Jetzt machen wir uns ready für die Kälte und dann geht's raus. Jeder darf fünf Sachen mitnehmen, Leute, nach draußen. Ich nehme das Wärmekissen hier mit. Jetzt muss ich auch die Mikrowelle mitnehmen, oder nicht? Im Echtzeilen, Leute, habe ich einfach nur Sauhunger. Und kann auch nichts anderes denken als an Essen. Was denkt ihr, wie viele Paar Socken werde ich anziehen, Leute? Acht? Vier. Und, Leute, dass ich auch was Leckeres zum Schlafen habe, nehme ich mir heißen Kakao mit. Zu der heißen Kakao brauche ich natürlich heiße Milch, Leute. Deshalb erwärmen wir jetzt erstmal Milch in der Mikrowelle. Und der kenne ich mich auch mit, Leute, hundertprozentig. Essen ist schon mal safe, Leute. Gott sei Dank. Ey, irgendwie zählt nicht an Essen. Denken wir bestimmt nicht für Promben oder so mit dem Hund nach. Ich schwöre, ich fühle mich, als würde ich campen gehen mit euch in der Wildnis. Ich schwöre. Leute, ich verstecke mich gerade, wo es her ist. Ich gehe nicht mit dir in Walting, bevor du fragst. Oh, Leute, ich störe, aber... Leute, ihr wisst ja, ich hatte meine Spangen acht Jahre lang und... Alter, ich habe gerade meine Zähne im Spiegel angeguckt und ich habe da hinten... Oder hier oben vorne Zähne. Wie von einem Grundschulkind. Hässlich, gell? Ja, kannst du mal bitte deinen Mund zum Zeig machen? So sind meine Zähne nicht. Ich habe zwei Thermoskan, zwei Deckner und ein Wärmekissen. Ich glaube, ich bin gesaved. Oh mein Gott. Meine Zahnspangen sollte mir helfen. Jetzt habe ich so Kindergattenzähne. Wie? Äh, go. Ich bin so schockiert. Oh, sorry. Leute, zuerst nehme ich diese Decke, die nach Pommes... Ach, Inga, du unterschätzt sie. Die riecht so nach Pommesfett. Obwohl ich sie zwei Mal gewaschen habe, aber wir nehmen sie trotzdem mit. Für Lagerfeuerstimmung. Schokolade! Lama Samba. Jetzt koch mir Wasser. Ah, hier war schon meine Feinen dran. Das Mädchen ist... Oh Gott! Ich hatte so Bock auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und dann... Es gibt so ein Brot, Leute, das heißt Langosch oder Langosch oder Langosch heißt das irgendwie sowas. Das isst man so mit Schwand. Nee, nicht mit Schwand. Oh Gott, nein. Mach's nicht rein. Ich krieg so ein Zelt. Egal, mach's nicht rein. Es kommt rein. Nein! Du musst nicht rein. Die fette Pizza wär schon geil. Ja. Ich hab aber 50 Euro. Oh, wow, die kleine Ratte. Fette Maus. Fette Maus, Leute. Fette. Fette Pizza. Fette Pizza. Oh. Leute. Oh nein, die ist voll verdreckt. Oh nein, die ist voll verdreckt. Oh nein, die ist auch voll verdreckt. Oh mein Gott, was ist das mit meinen Kindern geworden, Alter. Fette. Lass ich jetzt machen. Ich will halt Mercy mitnehmen, aber die ist voll verdreckt. Oh mein Gott, Leute, sie hat ein Loch im Kopf. Oh mein Gott. Liebe, ich muss die zusammen nehmen. Sal, du verstehst mich nicht. Oh mein Gott. Sal, bitte. Bitte helf mir. Sal. Alter. Was ist die für eine Tante? Ich mach jetzt den kleinen Schnitt. Es wird nicht weh tun. Oh mein Gott. Also Leute, das sind meine zwei letzten Gegenstände. Mercy ist stabil, aber die OP muss man nach draußen verschieben. Es gibt keine Ahnung. Was? Du tust deine letzten zwei Gegenstände auf eine Stück Nadel und ein Tier? Also Leute, unsere Anschluss sind fertig. Ihr kennt bei Act, die ist ja nasty. Was denkt ihr, hat die unten drunter? Ich sag's euch. Ein T-Shirt. Nein, zwei T-Shirts und eine Jacke. Baufrei. Wir sind jetzt in unserem Balkon. Aus Sicherheitsgründen müssen wir uns in ein Zelt packen. Falls Leute denken, wir sind komisch. Wir haben für den Extra Spice nochmal ein bisschen Schnee geholt, Leute. Es ist sehr kalt. Ich habe folgendes mitgenommen. Einmal mein Wärmekissen. Das packe ich jetzt an meine Füße. Dann einmal eine Decke. Ein Kakao. Was zu essen. Und noch eine Decke. Das heißt, ich bin eigentlich ganz gut ausgestattet. Ein Bluse-Eck. Ein Bluse-Eck. Ein Bluse-Eck. Ein Bluse-Eck. Ja Leute, ich habe mein Ramba-Samba-Mikro dabei. Eine Decke, die mich warm hält. Heißes Wasser, wo ich meine Füße oder Hände reinpüren kann. Ein Bluse-Eck. Und da frieren die doch ein. Die Decke ist gar nicht mehr gut. Die Decke ist gar nicht mehr gut. Das ist was sie immer. Leute, solange das Wasser noch warm ist, muss ich jetzt meine Füße rein tunken. Äh, danach wird sie wirklich so krank. Denkt ihr eigentlich, wird morgen krank sein, weil sie jetzt ihre Füße ins Wasser tut? Schreibt Hashtag Ja oder Hashtag Nein. Ich sage Hashtag Ja. Wie schön warm. Okay, ich glaube, ich werde jetzt essen, Leute. Oh Leute, wie schön ist es, dass ich friere gar nicht. Meine Füße sind so warm. Aber was ist, wenn das nachlässt? Meine Hände auch. Das Wasser friert ja auch irgendwann ein, Leute. Und dann? Dann guckt Egg. Dumm aus der Wäsche. Boah, wisst ihr, was voll cool wäre? Chili con carne. Nein, so echt so 24 Stunden da drin zu bleiben. Ich glaube, wir werden erfrieren. Mit was kann ich meine Füße abtrocknen? Die Arme, die geht ja dann noch schlechter. Wisst ihr, was am schnellsten gefriert, Leute? Welches Wasser? Heißes Wasser. Wisst ihr das? Du weißt es bestimmt, Inga. Wenn du Eis wie viel machst, musst du heißes Wasser benutzen, dass es schnell gefriert. Naja, also ich finde es von Egg echt schwach, Leute. Ihre Begründung, warum sie sich nicht fest angezogen hat, weil ich bin zu faul. Jetzt spüre ich langsam die Kälte an meinen Armen. Mh. Also ich planche darauf. Ja, irgendwie lange. Digga. Warte, Sunny mag Schnee voll. Ich habe ihm eine Schneekugel mitgebracht, der hat dann gespielt. Walla war süß. Dann habe ich sie weggenommen, weil er angefreit hat, das zu essen. Oh Gott. Ich will Pizza. Guck mal. Boah, langsam ist echt kalt. Okay, Leute, mein Wasser friert schon. Warte, ich mach. Hier, stecken. Ja. Oh ja, die hat schon recht. Also das wärmste ist es nicht mehr. Vor allem, Leute. Ich hab auch oft gehört zu dampfen. Nein, hör nicht auf. Hör nicht auf. Weißt du, was schlauer wäre? Hättest du den Deckel unten drunter gepackt, weil der Boden ist eiskalt. Ich weiß. Ich bin ein dummes Mädchen. Stimmt, Leute. Das ist so dumm, gell. Unser Boden ist auf Stein, gell. Ich spüre das richtig an meinem Po, wie es friert. Boah, der ist so geil warm, Alter. Boah, geil, Eck. Boah, Leute. Jay. Ich schwör, ich würde überleben in der Wildnis für den Tag. Leute, mein Kakao ist ein bisschen zu heiß. Du weißt, dieser Schnee war auf dem Bier schon. Oh mein Gott. Schmeckt trotzdem delizios. Hashtag Team Selle. Alle jetzt in den Kommentaren, Leute. Und für die, die die Hashtag Team Eck geschrieben haben, keine Sorge, lösch euch den Kommentar. Und schreibt einfach neu her, echt Team Selle. Boah, langsam spür ich auch in meinen Füßen. Ja, ich muss meine Füße so ein bisschen. Ja, ja. Füßen spür ich auch ein bisschen. Ich muss meine Füße zusammenreiben, damit ich keine Blasenentzündung irgendwie komme. Ich habe noch mal ein Wärmekissen, was sehr warm ist eigentlich noch. Oh mein Gott. Ich muss die Chance nutzen. Leute, solange meine Hände Funktionsfüße sind und noch nicht eingefroren sind, muss ich die OP jetzt durchführen. Ich kann dir helfen, wenn du willst. Ich kann die Nadel schaffen. Oh mein Gott. Kann es sein, dass du mit der Nadel durchgestochen hast? Oh mein Gott. Kann es sein, dass du mit der Nadel durchgestochen hast? Ich bin 21. Wir machen jetzt eine Challenge. Es geht um Essen, Leute. Und zwar die Person, also jede Person wird einem jetzt ein Emoji aus. Ich will zum Beispiel aus und Inga oder Elka so. Und dann werden wir die auf Instagram posten, Leute. Und der Emoji, der die meisten Stimmen bekommt, der bekommt Essen. Das ist mir doch schlau gewesen. Ich hatte die Jacke angezogen, Leute. Du bist echt hohl. Warum? Du schläfst im Schnee. Ja und? Oh mein Gott! Ein Bambelchen wird doch voller Schimmel! Bambelchen! Oh mein Gott. Hör auf, Mädchen! It's snowing! Nerv mich nicht oder ich brauche deine beiden Finger. Okay, macht es nur einer. Du liegst im Schnee. Es geht gut, aber... Ich musste in der Position sein, Leute. Ich musste meine Egglöme... Ist doch lustig. Wer bekommt eine warme Mahlzeit? Bist du ich? Ja doch, Leute. Ich glaube, Egg, weil jeder wird die farbenfrohe Pizza. Es ist einfach so. Aber was auf Bild? Bereit? Ja. Wer bekommt die leckere, warme Mahlzeit? Ja, Egg, Egg. Cell und der Egg. Die Pizza. Ja! Wie viel? Okay. Boah, ja. Es ist einfach so klar. Jeder will die Pizza, Leute. Ja! Mein Sieg ist das! Ich kriege jetzt leckere, saftige Spaghetti von einem warmen Teller. Das meine Zunge fast verbrennt wegen der Hitze. Leute, das ist kleine Cell. Mir geht es nicht gut. Kleine Cell ist alles okay. Checkt jetzt auf Instagram Sierra.com mein neues Foto ab, Leute. Das ist ein Foto hier in diesem Iglo. Zelt. Mit Schnee. Es tut mir leid. Hör auf die bl***e Kuh, Alter. Ich zerstech dich wieder. Boah, so eine Cola wäre voll geil. Schöne, du hast keinen Jackpot gewonnen. Hör auf die bl***e Kuh, Alter. Aber... Hör auf die bl***e Kuh, Alter. Hör auf die bl***e Kuh, Alter. Aber... Ich schwöre Leute, ich glaub ich geschlafen. Gute Nacht, mein Freund. Walala, ich bin so mide. Ich hab so Boahschmerzen. Hör auf damit, Alina! Malte darfst nichts mit Schneemachen. Hä? Ich spiele nur damit, ihr kleines Kind. Ich fühl mich ein bisschen wie ein Neanderthaler, der aufs Klo muss. Ich schülert. Ich war heute Morgen noch nicht aufs Klo. Los, Eck, dein neuer Song. Das ist nicht Eck. It's so cold outside. Alter, ich muss aufs Klo. Eine geborene Winterkälferin. It's so cold outside. Wow, das Stück ist so geil. Was hat denn die Pirsich und Pizza? Pizza. Die Pizza hat gewonnen. Oh mein Gott. Das kommt erst mal an meinen Schuss. Die Pizza wärmt mich von innen, Leute. Und die Cola kühlt es wieder ab. Ich krieg sie nicht auf. Oh mein Gott. Wenn es draußen so kalt ist, Leute. Die kalte Cola killt alles, Alter. It's so cold outside. Boah, die Pizza ist geil, Leute. Das ist gleich mit dem Rand, gell. Das merkt man richtig, Digga. Verlass die Kalt her, wenn du kriegst. Oh mein Gott. Es ist viel besser als die Nudeln. Man muss gucken, wie es saftiger ist. Ist ja gar nicht, ich darf eh beide essen. Die ist cool, gell. Perfekt, Leute. Ich ertrage diesen Abendblick nicht, wie die in meine Pizza reinbringst. Dann geh rein. Und meine Kohle bringt. Und meine Pizza reinbringst. Und meine Pizza reinbringst. Ich weiß ja mein Leben. Boah, der war so geil. Geil. Lass mich in Ruhe. Okay, kleine Egg. Die ganze Pizza hast du gegessen, du Biest. Auf den ist es irre gewesen. Boah, gute Nacht, Alter. Boah, die Pizza muss hier bleiben. Die ist so geil warm. Ich schwöre. Come on. Rambas. 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 Du bleibst die ganze Zeit so. Ja. Die haben meine Pizza gegessen. Ein Stück ist noch drin. Das kriegst du, wenn du... Denkst du, das ist ein Stück juckt mich? Ja, wenn du rausgehst. Nein, das juckt mich nicht mehr. Okay. Es gibt's Yassin. 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 Das war meine Pizza. Rine. Wie? Kann das sein, dass so eine Gestalt... Die Mädchen, ich komme direkt nach dir raus. Das ist so eine Gestalt. Meine Pizza bekommen. Wie kann das sein, dass so ein Beansdinger... Meine Fingerspitzen wären taub. Das sieht man auch eventuell. Das sind bläuliche. Ja, die waren langsam echt kalt, Leute. Aber... Das geht doch. Das geht doch nicht halt aus. Muuuuh. Geh wirklich hier raus mit der Pizza. Mit Ehre. Mit Stolz. Vielleicht bin ich draußen. Gleich hab ich sie. Gleich noch einen Moment. Ich hab mich schon weg vom Eingang. Mann, ich hab wieder fräst. Du altes Rollen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Warte. Was eigentlich... Was ist, Leute? Dass ich jetzt auch rausgehen kann? Ich hab gewonnen, Leute. Hechtet ihmsel. Hechtet ihmsel. Hechtet ihmsel. Hechtet ihmsel. Hechtet ihmsel. Peace out. Hechtet ihmsel. 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 Hechtet ihmsel.